ja guten tag leute willkommen zurück borderlands 2 die missionen haben wir eigentlich alle abgegeben eigentlich hallo ein leben in ständiger todesangst ist trotzdem ein leben hallo rache versüßt so herrlich den tag spawns ex-bomblitz ja geil trinket hier das ist nicht meine lieblingswaffe aber sie könnte dir nützlich sein ja bist du immer noch an einem meiner jobs drin wo war sie what the ja geil direkt meine waffe nein nein schön das ding ja missionen 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 keine machen wir da die einzelne und dann hat sich das alter warum ist das denn so langsam ja ich habe mir überlegt da mir die aufnahme von dem blatt wenn ja durch die hände geflogen ist machen wir das ist das ja die kamen zum schloss dran machen wir dass ich dass ich dass ich in dem zweiten spiel auf alle missionen aufnehmen die lustig sind oder auch hier die mit dem platten da ich sie ja verloren habe und sie dann nachher hochladen nachdem ich das spiel habe ja so auto wo ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt so ich nehme mir flaschen auf leute Wir sind hinter dem Alkohol herr! Sie dürfen nicht auf die Alkoholkisten schießen! So. Ja genau. Was heißt mal? Mordekai will noch mehr Rug-Arile in sich reinschütten. Wie damals als wir uns getrennt haben. Wie damals als wir uns getrennt haben. Armer Kern. Bring mir den Ike. Bring mir den Ike. Und du bekommst meinen Traum-Revolver. Ruby. Moxie, gib dir Ruby, wenn du ihm einen Eib bringst? Dieser dumme Tusse hat Ruby vor Jahren verloren. Und ich hab ihn gefunden. Ohne mich hätte sie das Ding gar nicht mehr. Nein, 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 nein. Nix da. Bring ihn mir und du kriegst eines von meinen alten Sniper-Rifles. Ah, ach, ach, ach. Was ist das? Ah, ach. Was ist das? Das ist klarkunziger. So und weiter geht's. Ah man, jetzt ist es wieder... Ja, tschüss. Idiot. So. Dann gucken wir mal. Ja, jetzt ist es wieder... Was läuft hier? Das nehmen wir. Mal gucken, ob ihr den Revolver habt. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab keine Ahnung was von Hörn sei. Natürlich Mordecai. Den werde ich, wenn ich das letztgleich wieder geendet habe. Du hast sie alle. Jetzt bringen sie zu mir, du kriegst mein Gewehr. Nein, nein, bring mir den Alkohol. Ich bin den Vogeliebhaber. Dann bekommst du Rugen. Ich glaube... Ich glaube... Ich gebe Ihnen Mordecai. Ja. Ihn werde ich auch im ersten Teil spielen, den ich nach diesem zweiten Teil spielen werde. Oh, geiles Teil. Ja. Mann, lass mich durch. Aus dem Weeg. Hey, Kumpel. Hier. Okay. Ich schieße sowieso besser, wenn ich besoffen bin. Ja. Schönes Ding. Moin. So. Menü. Nächste Mission. Machen wir doch das da. Ab 25 machen wir dann die Story weiter. So. Sollen wir? Sollen wir? Sollen wir? Na, später. Wenn wir die Story weiter machen. So. Ah, stimmt. Das war das wo der Typ da hin zu seinem Tier da gegangen ist. Richtig. Wie so ein... Ja. Ja. Oh, da oben ist Sanctuary. Sieht auch geil aus. Tut mir leid. Ich muss gerade was trinken. Ja. Henry. Den Stalker. Ja. Da oben sieht man Sanctuary. Ein Auto. Ein Auto bitte. So. Machen wir die Mission. Und danach das Ausrufezeichen was es hier gibt. Ups. Ach ja. Äh. Äh. Da. Karte. 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 Nichts geht über die Karte. Doch daher. Warte. Das ist... Ach ey. Erstmal Ausrüstung angucken. Ja. 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 Finder Henrys Bau. Dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein. Filme. Um. Um, was ich jetzt hier? Ja. ich bin dir so erledige Henry what the die Aussie was ist mit dir ey das hab ich ja nicht ernst gemeint kommst du wieder zurück das war sie nein achja klar ja genau die hoch rein was schlimm ist was haben wir denn her bester Muttertag wo sind wir denn alle die 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 ja 在 25 ja ja gut ooo ne jo Oh, perfekt. Ja, ist ja alles super. In the dust. Ja, werden wir mal sehen. Okay, bitte. So, rein! Wiedersehen! in Einer ist da. Ach, ich soll hier rein. Gut. Weiter geht's. Schöne Waffe. Ja, richtig schön. Ach, vielleicht bräuchte ich erst mal ein bisschen. Der Sheriff führt demnächst eine Säuberungsaktion in der Stadt durch. Und nein, auch ich kenne nicht ihren richtigen Namen. Ich weiß nur, dass sie mich gezwungen hat, Sheriff zu werden. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Ich habe vielleicht noch ein Talent entdeckt. Er ist ein Kommando. Ach ja? Wo ist der gerade? Er wurde von Banditen gefangen genommen. Sie foltern ihn. Wow. Ich bin jetzt schon beeindruckt. Hör, hör mal. Hör, hör mal. Hör. 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 Du hast eine Süße, die zuhause auf dich wartet? Was zur Hölle machst du auf Pandora, Kumpel? Die freundlichen Bewohner kennenlernen. Ja, schön. Los geht's. Hier sind die Schläger wieder. Was willst du von mir? Du hast nichts trauen. Du hast nichts trauen. Ja, ja, ja. Was kann man da? Ja, ja. Wie immer. Lalalalalala. Wie immer. Ja, auch nicht doch. Wie immer. Jeden Teil schickt der Sheriff von Lynchwood alles Iridium, das sie aus der Mine geholt hat, zu Jack. Damit ist heute Schluss. Du wirst den Zug in die Luft jagen, mit dem sie das Zeug transportiert. Begib dich zum Abbruchlager. Nee, ich werde jetzt erstmal die andere Mission hier fertig machen. Ja. 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 Ja.